Es ist ein Geldwäscheskandal enormen Ausmaßes und ein Österreicher ist mittendrin. Der frühere Meindl-Bankchef Peter Weinzierl wurde gestern in London verhaftet. Ihm soll nun in den USA der Prozess gemacht werden. Der Vorwurf, er soll gemeinsam mit einem weiteren Österreicher zehn Jahre lang Schwarzgeld im Gesamtwert von 170 Millionen US-Dollar gewaschen haben. Für den Baukonzern Odebrecht soll das Duo eine Schatteninfrastruktur aus zahlreichen Firmen und Überweisungen über eine Tochterbank im karibischen Antigua erbaut haben, um damit Bestechungsgelder in Mittel- und Südamerika auszahlen zu können. Weinzierl drohen nun bis zu 70 Jahre Haft. Er hat die Vorwürfe in der Vergangenheit immer bestritten. Peter Babuzki und Vanessa Gruber haben die Anklageschrift gelesen. Es ist das vorläufige Ende einer jahrelangen Skandalgeschichte. Peter Weinzierl, ehemaliger Chef der Meindl-Bank, wird gestern in London verhaftet. Beantragt hat das die Staatsanwaltschaft in New York. Dort soll Weinzierl und einem anderen österreichischen Banker der Prozess gemacht werden. In dem Fall gibt es auch zahlreiche Bezüge in die Vereinigten Staaten. Deshalb wurden die Staatsanwälte in New York aktiv. Denn die amerikanischen Behörden sehen Weinzierl als Schlüsselfigur eines gigantischen internationalen Schmiergeldskandals, dessen Ursprung in Brasilien liegt. Es geht um den brasilianischen Baukonzern Odebrecht, der auch in vielen anderen Ländern Lateinamerikas tätig ist. Weinzierl soll dem Konzern zwischen 2006 und 2016 geholfen haben, Steuern zu hinterziehen und Ansträger zu bestechen. Im Zentrum des Geldwäscheimperiums steht laut den amerikanischen Ermittlern die Meindl-Bank Antigua, eine Tochter der früheren Meindl-Bank in Wien. Von den offiziellen Konten des brasilianischen Baukonzerns Odebrecht sind laut Staatsanwaltschaft Millionen auf die inoffiziellen Konten des Konzerns bei der Meindl-Bank Antigua geflossen. Mit diesem Geld seien dann Behörden in Panama, Mexiko und Brasilien bestochen worden, sagen die Staatsanwälte in New York. Doch das ist noch nicht alles. Die Meindl-Bank soll dem brasilianischen Baukonzern auch geholfen haben, Steuern zu hinterziehen. Mittels Scheintransaktionen sei Geld im Kreis geschickt worden, um sie vor dem brasilianischen Finanzministerium zu verbergen. Die Meindl-Bank selbst habe damit Millionen verdient. Hier in der Wiener Innenstadt hatte die Meindl-Bank ihren Sitz und von hier aus soll der ehemalige Bankchef federführend am Geldwäschesystem des brasilianischen Odebrecht-Konzerns mitgewirkt haben. Weinzierl bzw. seine Anwälte waren für die ZIB2 heute nicht erreichbar. In der Vergangenheit sind diese Vorwürfe aber immer bestritten worden. Obwohl hier noch ein Schild der Meindl-Bank hängt, gibt es die Bank seit 2019 nicht mehr. Damals hat die Europäische Zentralbank der Bank ihre Lizenz entzogen. Der namensgebende Julius Meindl V. ist schon 2008 als Bankvorstand zurückgetreten. Bis 2019 war er Vorsitzender des Aufsichtsrates. Auch er war als Meindl-Bankvorstand in Skandale verwickelt. Etwa in die Anlegerfähre rund um die Immobiliengesellschaft Meindl European Land. Tausende Anleger haben damals Geld verloren. Seit mehr als zehn Jahren wird in der Sache ohne Ergebnis ermittelt. Auch wegen des Geldwäscheverdachts ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft schon seit 2017 gegen die Bank. Ob auch Ex-Chef Weinzierl beschuldigt wird, will die Staatsanwaltschaft nicht sagen. Es dürfte auch keinen Unterschied machen. Mit der Verhaftung von Weinzierl in London haben nun die Staatsanwälte in New York das Kommando übernommen. In den USA drohen Weinzierl bis zu 20 Jahre Haft.